Und willkommen zurück zu Tomb Raider, der Fluch des Lazarus. Wir sind in einem neuen Level, und zwar dem Dorn des Hephaistos. Wie ihr sehen könnt, ein Level, was mit Feuer und Lava zu tun hat. Und ja, jetzt wird es schon gleich wieder stressig, aber wir haben es gerade so überlebt. Es wäre böse ausgegangen, wenn wir da drin gelandet wären. Ja, wie gesagt, seht ihr an diesen Lava-Wänden und der ganzen Lava hier, dass das eine ziemlich heiße Angelegenheit ist. Und in diesem Level, ja, suchen wir halt jetzt, glaube ich, diese Fackel, das ist unsere nächste Baustelle. Nur ich frage mich gerade, diese Türen muss doch normalerweise so ein Stier einrennen. Aber ich frage mich gerade, wo der Stier ist. Hier auf jeden Fall schon mal nicht. Ja, und wie gesagt, es gibt diese vier Türen. Und ja, wir müssen, glaube ich, überall etwas erledigen. Da kommt ein Stier raus, würde ich jetzt mal behaupten. Oh yeah, der ist auch noch richtig rot und gefährlich. Ist das Hephaistos? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen jetzt gleich mal hier rein. Und bevor uns dieser Stier rammt, sterben wir lieber erst mal. Ja, klasse. Ähm, ich habe es sogar schon mal gespeichert. Sehr gut. Und da springen wir jetzt einfach drüber. Oh, das hat uns Leben gekostet. Und jetzt so schnell wie möglich erst mal hier weg. Das ist wichtig. Oder hat der Andorf nicht gereicht? Naja, gut, probieren wir es nochmal. So. Und drüber springen. Mist. Ich habe trotzdem Leben verloren, aber egal. Jetzt probieren wir es einfach nochmal. Springen hier rüber. Und runter. Gut. Weil das ist jetzt hier schon wieder unsere nächste Aufgabe. Erst mal hier lebend rüber zu kommen. Und zwar nicht so, dass man anbrennt, wie ich eben gerade. Und jetzt wieder. Oder sogar in der Lava verbrenne. Tja, das ist halt alles ziemlich bitter. Aber jetzt können wir es probieren. Aber ich glaube, der holt auch gar nicht lang Luft und brennt gleich wieder los. Ah, das war auch nichts. Ah, okay, ich hänge ja. Ich überlege mir gerade. Nein. Kann man um die Ecken hangeln? Ich glaube schon, gell? Ja. Ob wir das Ganze vielleicht nicht sogar aus dem Stand machen? So. Wenn der fertig ist mit Spein, ziehen wir uns hoch. Und jetzt aus dem Stand, dass wir hier drüben uns hinhängen können. Genau so habe ich mir das vorgestellt. So. Abspeichern brauchen wir für den nächsten Anlauf? Ich glaube auch nicht. Ach, Mist. Ich glaube, da ist es auch einfacher, einfach hier rüber zu hangeln. Und das Ganze aus dem Stand zu machen, ja. Deutlich einfacher. Oh Gott. Ja, das ist gar nicht so einfach. Na. Okay, warten wir erstmal, bis der Feuer gespuckt hat. Und dann springen wir da nochmal rüber. Es müsste nämlich von hier aus eigentlich ganz gut funktionieren. Wenn wir nicht abbrennen. Glück gehabt. Gut. Dann speichern. Und Mist. Aber da hinten ist eine Tür, genau. Ich meine, dass da sogar ein Geheimnis drin ist. Ich weiß es aber nicht. Wenn wir uns ganz doll beeilen, schaffen wir das vielleicht sogar, bevor der Feuer spuckt. Jawohl. Das funktioniert. Nur wir müssen das jetzt auch besser steuern. Das heißt, mehr uns trauen, Richtung Viech zu laufen. Okay. Jawohl. Sehr gut. Dann können wir das speichern. Ach nee, hier geht es weiter. Da ist ein Hebel drin. Ich dachte es mir ja schon. Dass mir das Secret nicht gegönnt wird. Und ich glaube, wir haben jetzt den einen Feuerspucker ausgemacht. Genau, der ist jetzt aus. Nur man sieht jetzt halt auch nicht, wo die Plattform ist. Wenn da überhaupt eine ist. Aber wir springen jetzt einfach mal blind dahin. Obwohl, das könnte sogar durch einen Kurvensprung funktionieren. So natürlich nicht, Lara. Sondern auch nicht so. Aber ich meine, das könnte funktionieren, wenn man den richtigen Winkel hat und die richtige Kurve springt. Oder es könnte auch nicht funktionieren. Ah doch, es könnte hinhauen. Wenn nicht, müssen wir es über diese andere Plattform da rechts machen. Wenn es so nicht klappt, dann halt anders. Okay, Lara will nicht mehr. Lara, jetzt reiß dich zusammen und spring ab. Sonst kriegen wir noch ein Problem miteinander. Ich glaube, das ist nicht die Lösung. Ich probiere es jetzt noch einmal. Ne, wir probieren das über diese Plattform hier rechts. Warten wir mal kurz ab, bis der Feuer gespuckt hat. So. Okay, das war mega knapp. Und vielleicht kann man dann von hier direkt schon darüber springen. Das ist jetzt mein Plan. Und es funktioniert perfekt. Und hier drinnen haben wir einen Hebel. Der irgendwas getan hat. Fragt mich aber bitte nicht was. Das wäre fast schief gegangen eben gerade. Ach Mist, jetzt haben wir uns ernsthaft daran verbrannt. Aber der Hebel ist gezogen, ne? Ja. Das heißt, wir springen jetzt schnell hier rüber. So ohne zu verbrennen. Warten ab, bis der Kollege hier sein Feuer gespuckt hat. Und ziehen uns dann schnell hoch. Und rüber springen. Schnell! Gut, Mist. Wir brennen trotzdem. Die Flammen sind gelöscht, aber die Lava ist so heiß, dass Lara es darin nicht aushalten kann. Und das, ja. Mein Talent. So, und jetzt schnell. Oh Gott, das war nix. Wir müssen wirklich aus dem Stand springen. So, das sieht gut aus. Und hier rüber. Und dann haben wir diese anstrengende Stelle schon geschafft. Die Stelle ist irgendwie wirklich anstrengend. Und rüber. Ah, da hat der Anlauf nicht gereicht. Schade. Oh Gott, ich habe gerade gedacht, das Spiel hat sich aufgehängt. Und ich darf die Aufnahme wegschmeißen, aber sie ist wieder da. Okay. So, wir machen das jetzt voll kurvig. Das dürfte eigentlich funktionieren, wenn wir Glück haben. So. Okay, das war zu kurvig. Aber das kriegen wir hin. So, eine Kurve. Und dann so. Und mit Anlauf dann da rüber. Das ist jetzt... Da will ich mir nämlich diesen Zwischenstopp sparen. So. Okay, das war wieder zu weit ausgeholt. So. So. Ach Mist, es gibt nichts. Hier rüber. Ah, da hat ganz wenig gefehlt. Schade. So. Ähm. Ugh, weg. Aber das könnte hinhauen. So. Schnell da hinlaufen, ohne runterzufallen. Am besten. Und springen. Man müsste halt direkt bis zur Kante vorgehen. Aber das kann man schlecht abschätzen beim Laufen. Sehr schlecht sogar. Man kann auch so machen. So. Und so. Perfekt. Und da brauchen wir nämlich nur noch in einem Haps da rüber. Und dann haben wir es. So. In der Hoffnung, dass das nächste Rätsel nicht so anstrengend wird wie das hier. Okay. Dann hätten wir das doch geschafft. Und hier hinten... ...ist wieder unser Stier. Und den lassen wir jetzt mal hier einbrechen. Hier bin ich, Freund. Hallo. Was machst du denn? Ich bin hier. Lauf nett immer gegen die nicht vorhandenen Wände und stoß dich nett ständig an der Luft. Jetzt kommen wir hierher. Lara passt zu dem Stier. Der hört nämlich auch nicht. Okay. Wäre fast gleich runtergefallen. Das geht auf. Mist. Ich habe jetzt echt gedacht, wir kriegen es hin. Hä? Wieso geht es nett auf? Der kriegt die Tür nett auf, oder? Oder war ich so nah davor stande? Nee, es geht nett, oder? Oder bin ich jetzt so blöd? Ich bleibe jetzt hier stehen. Was macht der denn da? Der rennt schon wieder gegen die Luft. Der hält an vorher. Das ist das Problem. Wieso hält der vorher an? Okay. Wir bremsen ihn vielleicht doch irgendwie ab. Das kann auch sein. Egal. Wir probieren es jetzt erstmal mit der Tür. Die andere kriege ich jetzt nicht auf. Okay. Ich renne jetzt mal wieder gegen die Luft. Und jetzt. Jawohl. So muss das aussehen. Gut. Und dann hier rein. Ähm. 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 Was tun? Weg von dem Stier. Was tun? Fackel funktioniert nicht. Alle Probleme auf einmal. Und das endet meistens mit dem Tod von Lara. Okay. Wir springen jetzt einfach erstmal hier drauf. Das sind wir von dem Stier weg. So. Hat das denn eben noch gebrannt? Okay. Ich glaube ich verstehe das System. Wenn ich irgendwo drauf springe, geht das andere aus. Oh Mist. Aber nur für eine Zeit. Habe ich am richtigen Spielstand abgespeichert? Okay. Mist. Ich glaube das schaffen wir nicht mehr. Hier wieder rüber. Ach Mist. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Mensch. Okay. Und jetzt so. Okay. Das gibt doch wieder nichts. Aber das ist der Plan. So. 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 Jetzt aber schnell rüber. Ach Mist. Hier das Spiel ist gar nicht so einfach. So. Weil ich brauche ja noch Anlauf und das ist das Problem. Ach Mist. So. Ach Lara. Oder was ist denn das eigentlich hier drüben? So. Ach. Ich mache das jetzt so. Ach. Ähm. Anstrengend. Hops. Und. Hops. Und spring. Jawohl. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich speichere jetzt mal mitten in der Luft. Okay. Und vielleicht dann von... Ach Lara. Die Frau manchmal. Und dann hier drüben dran. Ja. Sieht gut aus. Und dann von hier... Darüber. Und ich glaube da ist ein Secret drin. Da hinten. Aber wir müssen uns hier mehr beeilen. Weil sonst brennen wir wieder. Oh ne. Ich glaube das geht los sobald man die betritt. Deswegen müssen wir erst... Vielleicht hier drauf. Schnell. Ach die brennt. Au. Aber nicht so dass wir sterben. Das ist auch schon mal gut. Und wenn ich jetzt hier drüben... Ich hab einen Plan. Und zwar möchte ich... Hier drüben... Mich so erst mal so dranhängen. Hä. Wieso geht das nicht? Das Spiel wäre mich schon wieder verarschen. Wenn wir so landen, brennen wir. Aber... Okay. Ich probiere es jetzt nochmal über das hier. Weil das sah besser aus. Okay. Und jetzt drüber. Ach Mist. Wieso brennt das denn jetzt auch? Wenn man den Block wegschiebt, ist dahinter glaube ich ein Geheimnis. Aber das ist glaube ich erst am Rückweg dann... ...möglich zu holen. Ist das anstrengend. Ah okay. Wir springen erstmal hier rüber. So. Oder auch nicht Lara. Das ist wirklich nicht so einfach mit dieser Frau. So. Hier rüber. Was ist passiert? Da oben ist frei. Das war knapp. Und was wird jetzt frei? Das da hinten. Aber es war mir klar, dass wir jetzt wieder brennen. Deswegen machen wir das gleich so. Dass wir gleich mit Anlauf darüber springen. Ach. Die Zeit haben wir auch nicht. Wir müssen direkt hoch. Zurück und vor. Mist. Wie soll man das schaffen? Höchstens wieder über so eine Ecke. Ach je. Das ist anstrengend. Das ist anstrengend, Leute. Hier. Ah okay. Da drüben geht auch was aus. Okay. Das war auch klar. Ach. Hier. Das ist gar nicht so einfach, Leute. Glaubt's mir. Äh. Jo. Mist. Ich würde sagen, wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.